Das sieht aus wie so eine Zugstation irgendwie für Otter, oder? Kommt man so nicht rein, ne? Wo ist noch einer? Da sitzt er auf dem Charme. Da kommt er rein. Hier sind ganz viele. Keine Angst, ich tut keine was. Boah, der ist aber langsam. Das ist gut. Nicht schön so weit. Das ist ein dickes Viech. Ich glaube, hier ist gesundes Auffahren. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Quatsch, dann würde der jetzt ja auch nicht einen Fünftige weiter putzen. Da, da! Oh ja. Sieht ja schön aus. Gut, schön. Ich zeichne mich mal von allen Seiten. Germany's Next Topmodel. Bist du schön, ne? Der Ball ist, ja? Das ist der Kugel. Das ist der Kugel. Was schön, ne? Jetzt muss ich hier versauern. Oh. Jetzt packt er da ein. Oder? Ja? 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 Sieh? Engel. Ja? 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 Es ist Paktan. Es ist ein bisschen gas, aber die Blume fällt dir. Jetzt, 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 jetzt. So kann ich mal vorbei. Da hat Rüfen noch was gewirkt. Da hat Rüfen noch was gewirkt. Jetzt alleine, hab ich mich mal angeschlichen. Dann immer so hoch. Das ist mit dem Köln. Wir machen jetzt auf hier. Die tun nichts, der ist auch ein kleiner noch, mit dem Darsch. Jetzt so von hinten ran schleichen und dann... Ja. Ja, nicht am Arschloch. Ja? Ja. Hör die Dinger schon zu. Hör zu. Schön, wie du sie uns zeigen, ne? Mhm. Guck, was der macht. Hör auf einmal ganz nahe. Hör auf einmal ganz nahe. Schau mal. Was schön, ne? Feiner Junge ein bisschen, ne? Feiner Junge. Einen schon gebrochen, ne? Ja. Das ist bestimmt Gewicht, oder? Guck mal, ne, ne? Guck mal, wir gucken es auf. Wollen wir mal machen. Sollen wir noch, ne? Ja, weiter. Sollen wir vorbei gehen? Ja. Aber langsam. Schöner Junge. Danke, dass du uns gezeigt hast, ne? Danke, dass du uns gezeigt hast. Tschüss.